Wieso geht das jetzt nicht? Ach, weil ich kein Geld mehr dabei habe. Natürlich. Weil ich es gerade per Quickstack eingedienst habe. Ist es doch nicht wahr. Ich weiß auch nicht, weil es spät ist. Weil ich es kann oder so. Ich weiß auch nicht. So, 32 Goldcoins mitnehmen. Krummel, krummel, krummel. Krummel, 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 krummel. So, dann war das, war das hier? Den Quarfen und muss ich dafür an. Dämonenalter, ich weiß es gerade nicht. Halt, da ist was. Mechanical Eye. So, hergestellt. Leck mich. So, leider ist es keine Nacht. Leider ist es keine Nacht. Und sowieso muss ich ja noch, wo ist jetzt der Typ hin? Da ist er. So, shoppen. Und dann erstmal shoppen. 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 Schau mal, was kann man eigentlich bei dir kaufen? Nichts Produktives. Doch, die Mana, äh, Tränke. Vielleicht solltest du davon einkaufen. Ein ist gut. So, ich wollte es ein Stück. Wieso habe ich eigentlich immer noch hier so ein Ekelsperr in meinen Emitar. Ich horche es nicht. So, auf jeden Fall 19 Stück. Das müsste für den Kampf auf jeden Fall dann hilfreich sein. Ich kann ja auch erstmal die ganzen Kobalt Repeater und sowas auch ablegen. Also die, die geringerwertigen Repeater, weil die brauche ich im Moment auch nicht. Nicht für den Kampf. Ich gehe hier mal hier in die Truhe rein. Oh, wie viele Statuen wir jetzt hier auch haben. Das ist krass, ne? Das zeigt, wie viel wir hier schon gesammelt haben. Keiner weiß, wofür die gut sind. Ne. Es gibt auch nur ein paar Statuen, die sind für irgendwas gut. Bald kommt dann hier noch mal eine Vitrilstatue hin. Genau. Weil ich ja dann auch Adamantit habe. Dann haben wir irgendwann so viel Adamantit vielleicht, dass wir auch eine Adamantit-Statue einfach mal so bauen können. Nicht? Eine Adamantit-Statue? Ja, also halt so eine Statue, wo halt Adamantit-Rüstung draufkommt. Ja, eventuell. Wenn das Let's Play noch so lange geht. Stimmt, es gibt noch dann die Holo-Rüstung, ne? Das weiß ich nicht. Meine Holo-Rüstung gäbe es noch. Und wie die halt zustande kommt, keine Ahnung. Dafür müssen wir aber bestimmt erst ein paar Bosse getötet haben. Vielleicht ist das auch nur für die Xbox-Version. Ne, das ging doch so. Denn wir haben ja auch den Holo. Holo-Armoire. Er googelt das jetzt. Sehr guter Mann. Natürlich. Natürlich. Holo-Armoire. Wikipedia-Federerien. Dafür braucht man... Ja, halt die Sachen. Brauchst du... Eine Kobalt-Rüstung, eine Mikro-Rüstung, eine Adamantit-Rüstung. Und dann ganz vielen Souls für. Und dann kannst du das herstellen. Von Sight, Fright und Might. Ach du Kacke. Da. Und daraus kannst du dann halt die Sachen basteln. Das klingt doch super. Natürlich brauchst du aber auch für jede Maske halt, ne? Für zum Beispiel den Nahkampfhelm brauchst du dann auch die Nahkampf-Sachen von der Errüstung. Das habe ich mir fast gesagt. Die Vorgänger halt, ne? Also es reicht jetzt nicht, ein Set zu haben und dann da aufhin kannst du zusammenwirken und dann da eine Maske draus basteln. Das geht nicht. Jetzt sehe ich gerade, ich habe gar nicht das richtige Emblem angelegt gehabt. Einmal betrunken ist. Nein. So, Soul of Might gibt es nur von dem Destroyer. Und die ganzen anderen auch sind alle nur von Bossen. Genau das ist halt befürchtet. Alle drei bedeuten, um diese Hollow-Rüstung überhaupt zu sehen, müssen wir die so und so viel mal töten, um die Sachen zu kriegen. Und das ist nicht das Tier, das heißt, wir wollten sie einfach nur einmal töten, jeweils. Also ihr werdet es nie sehen, haha. Haha, Kacknoops. So. Wir sind wieder anwesend. Jep. Und ja, was ist denn jetzt so das Ziel? Wann es Nacht wird? Wollen wir noch ein paar Seelenfarmen? Ich gebe jetzt noch mal ein paar Seelenfarmen, genau. Einfach nur, damit wir was auf Vorrat haben. Ich habe jetzt 3000 Pfeile, das sollte vielleicht für den Bosskampf reichen. Naja, vielleicht. Es könnte knapp werden. Lass dich aber auch runterfallen bis zu den Kristallen. Ja. Da unten sind weitaus mehr Gegner. Wir haben beide Kristallen da links rein. Jep. Übrigens hier unten bist du jetzt auch wahrscheinlich wieder an der Eintrung vorbeigefallen, wo ich da... ...teile gekriegt habe. Ich bin schon wieder tot, ey, das gibt's doch nicht. Du hast Flügel, du kannst da locker drüber fliegen. Ich trau mich immer noch nicht. Immer noch so ungewohnt. Jetzt wohin, du hier, da wüsstest ja keiner, von mir war's hier voll, erwarten wir ein bisschen. Ah, da hinten kommt schon ein Schwert. Da hinten ist auch so ein Leuchte-Golbert und so. Schau dir einfach mal an, wie ich dich abschieße. Ja, ist schön. Herzlichen Glückwunsch. Komm, komm nicht dran. Komm mal denn da hinten, ey. Du willst dich jetzt nicht echt da hinten bringen. Klar. Das hat auch nichts zu tun. Kriegst du noch ein Schwert von oben? Yay, Party! Geh weg. Party! Party! Mit Ä und Ä. Mit Ä, Ä, Ä. Jetzt bist du da, jetzt kommt kein Teil. Ja, das ist halt ein Debuff, ne? Der Mamo-Debuff, ja. Ja, ganz klar. Hat er es auch in dieses Spiel geschafft? Definitiv. Nicht nur in World of Warcraft und andere Spiele auch hier. Ah, scheiß Chaos-Elemental. Also jetzt habe ich hier schon wieder fünf so geteilt, ne? Nichts getroppt. Interessant. Häusser sind eben, denn es eng. Kaum bin ich da, ne? Da ist eine... Yay. 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 Letzt genug. Oh, nein. Das Problem ist natürlich, wir sehen hier unten nicht, wann es dunkel wird. Doch, jetzt weiß ich nicht. Ja, aber sonst, da gibt es, ne? Äh. Wir haben zwei Uhr. Laut der Uhr. Laut der Uhr haben wir zwei Uhr. Laut der Uhr. Der Ingame. Ja, ja, schon klar. Äh? Äh, weh. Oh. Oh. Kannst du nicht einfach sterben? Ach doch, das war relativ simpel. Kannst du doch nicht machen. Das geht... Juge, da hat die Hände nicht. Ich habe da jede Menge Gold verloren. Ich muss da wieder hin. Ich hatte so viel Gold dabei. Das war jetzt 37 Gold oder sowas. Oh, hast du alles mitgenommen, ne? Ja. Einmal mit Profis arbeiten. Wirklich? Doch nur einmal. Ist das so viel? Ist das denn so viel wirklich? Ja. Nicht das ganze Gold mitnehmen. Warum machst du denn sowas? Weil ich kann. Ganz einfach. Das kann doch nicht. Einfach im Fahrstuhl hier so ein korrupter Riesenwurm. Kann doch nicht wahr sein. Guck mal, du jetzt laut. Jetzt hier. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wenn du dein Leben startest, erst mal so reingerannt bist, wieder wie so, so wie Raffenfall. Und da ist es, da ist er down. Da ist er down? Nein, down. Wir sind hier in Westdeutschland. Ach ja, stimmt, ja, da war ja was. Nimm mal diese Wessis. Ja, das Problem war ja zum Glück nicht. Nicht? Nee. Wenn es die Leute nicht so oft erwähnen würden, wären wir das auch schon längst hinter uns gelassen. Ja. So, hab ich mal zwölf Gold Coins wieder eingesammelt. Yay, jetzt bring die erst mal weg. Nee, ich werde die gleich sterben erst mal und dann weitersehen. Dann stirbt mit dem Fahrstuhl, dann kann ich die direkt aufsammeln und wegbringen. Ja. Ja. Tu us. You can do it. Nee, ich bin gleich tot. Und hat da wieder das Gold fallen lassen. An derselben Stelle. Yipi, yipi, yipi. Einmal. Bitte nur einmal. Obwohl, mit Profis wäre es bestimmt nicht so lustig. Das stimmt natürlich. Wo ist es lustig? Ich weiß nicht. Das ist doch nur noch traurig. Das ist nervenzehrend auf jeden Fall. Und traurig. Traurig, 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 traurig. Na, da müssen wir gleich nach oben, weil gleich wird's dunkel. Call of light. Ja, wo ist denn dein, dein Geld? Ja, ich geh ja schon. Ist gleich da. Ja, wo ist es denn? Ja, da drüben. Ich geister hier schon rum und flieh hier rum. Ich seh aber kein Geld. Da, wo ich mich vorhin durchgebohrt hab. Da unten. Weiß nicht, was unten ist. Obwohl ich mir so vor nicht in die Labe fallen. Und ich bin wieder da. Geht's it. Danke. All of light. Äh, da ist dein Gold. Hast du es, ja? Ja. Ab nach Hause, ab nach Hause, ab nach Hause. Dann muss nur noch ich nach Hause. Erstmal in die Tue legen. Dave. Weizengold konnte ich auf jeden Fall sichern. Der Rest wird leider... Bestimmt gleich verloren gehen. Ja, ein bisschen was hab ich noch. Ja, wenn du jetzt nicht wieder sterben würdest und 10 verlierst. Ich bin ja schon im Aufstieg hier im Fahrstuhl. Ach so. Meinst du? Ja. Okay. Muss ich nur noch nach oben schaffen. Ab nach oben, ab nach oben, ab nach oben, oben, oben. Ah. Hab ich dich gesehen. Vielleicht dunkel. Ich weiß, davon geh ich auch nach oben. Muss mich ja zum Boss-Spawn bereit machen. Du willst mich einfach nur ärgern, ne? Das ist wieder so ein lächelnder Slime. Guck. 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 Einmal schaff ich's noch. Einmal schaff ich's noch. Na. Oh. Okay. Ja, du bist ein doller. Bist ein ganz doller. Mach hier schön Feuerwerk. Nein, machst du nicht. Hey. Doch, nicht. Nein, lass es. So, so klein. So. Dingens in die Leiste und gleich geht's wieder los. Hab ich eben die Pilze momentan? Zum Glück nicht. Okay.